In diesem Video werde ich eine Million Nachrichten an ein Kafka-Topic schicken und schauen, wie lange Kafka für die Zustellung braucht. Wir haben gesehen, dass Kafka ziemlich schnell ist. Und warum es so schnell ist, das schauen wir uns mal an. Ein Grund ist natürlich ein binäres Übertragungsprotokoll und eine binäre Struktur für den Header, für die ganzen Metainformationen, die dabei sind. Aber das erklärt noch nicht, warum es so schnell ist. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass Nachricht gebatcht werden, zusammengefasst werden. Also hier drei Nachrichten werden zusammengefasst und wir können zum Beispiel sagen, dass der Producer von der Nachricht 100 Millisekunden wartet, 10 Sekunden wartet. Also da reicht oft, wenn viele Nachrichten kommen, eine recht kurze Zeit, die wir warten, damit viele Nachrichten zusammenkommen und dass wir dann die gesamt übertragen können. Hier wartet der Producer jetzt 100 Millisekunden oder bis 1000 Nachrichten eingetroffen sind. Je nachdem, was früher passiert, wird dann dieses Paket abgeschickt. Eine weitere Sache, die man machen kann, ist, dass man Nachrichten komprimiert, dass man die zippt. Wenn ich eine einzelne Nachricht zippe, habe ich vielleicht noch nicht so viel davon. Stellen wir uns vor, kleine JSON-Nachrichten. Und wenn ich da eine zippe, eine Nachricht von 100 Bytes, da ist nichts gewonnen, das ist mehr Overhead. Und da ist auch nichts drin, was sich großartig wiederholt. Wenn ich aber einen Block habe und den ganzen Block zippe, also ihr habt 1000 Nachrichten, 1000 kleine Nachrichten von 50 Bytes, in denen wiederholt sich immer wieder was oder sind ähnliche Nachrichten dabei. Und dann habt ihr einen ganz dramatischen Effekt bei der Komprimierung und das holt auch nochmal recht viel raus. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie schnell Kafka denn wirklich ist. Ich habe hier ein Beispiel und dann testen wir das mal aus. Also das ist der Producer von vorhin. Ich habe den allerdings ein bisschen modifiziert. Da hat dann noch der JSON-Code drin und diese JSON-Erzeugung, die ist ein bisschen langsam. Die habe ich durch ein schnellerer String-Buffer ausgetauscht und durch eine reine String-Erzeugung, damit uns das nicht bremst. Aber ansonsten ist das im Prinzip noch das Gleiche. Ich verändere jetzt mal nur die Anzahl der Nachrichten. Anstatt ziehen Nachrichten, mache ich jetzt vielleicht mal, ja, mache mal eine Million Nachrichten. Und ich lasse das mal laufen. Okay, ich habe die Wartezeit etwas geschnitten. Ich wollte euch keine 55 Sekunden warten lassen. Also, so lange braucht er hier. Das ist schon mal ganz beeindruckend. Eine Million Nachrichten, 55 Sekunden. Also, das ist bei manchen Systemen das, was im Jahr verschickt wird. Aber das geht noch besser. Ich habe bereits schon was davon erwähnt, dass es hier so Batch-Sizes gibt und dass ich die zusammennehmen kann. Und das habe ich hier absichtlich mal auf 0 gestellt, was dann rauskommt. Ich mache mal hier eine Batch-Größe von 16.000 Bytes. Oder dass er 100 Millisekunden wartet. Und dann führe ich das Ganze nochmal aus und schaue mal, wie schnell das dann geht. Okay, da läuft das Ganze schon. Und eine Million Nachrichten in 4 Sekunden. Teilweise war das auch schon schneller. Also, teilweise hat er da auch nur 2 Sekunden gebraucht. Und wenn wir das nochmal auf einer anderen Hardware machen, statt auf dem Notebook, auf dem Desktop oder auf dem Server, dann kriegen wir so ungefähr eine Million Nachrichten in einer Sekunde abgeliefert. Also schon ganz beachtliche Menge. Zu Apache Kafka bieten wir auch regelmäßig Schulungen an. Beispielsweise sind für 2017 drei offene Termine bei uns in Bonn geplant.